und ist es spannend da dahinter verbirgt sich noch vieles mehr und zwar power leidenschaft und ganz ganz viel spaß an der rampe empfangen wir waren wo wir überprüfen und dann mit der unterschrift bestätigen in meiner lehrung sehe ich verschiedene abteilungen von wareingang bis zur postabholung im wareingang überprüfe alle paletten die ankommen und versorgt ihr ins richtige regal damit der warenbestand ausstimmt wir sind ein junges team und haben sehr viel lustig miteinander in der kommissionieri grüßtet mir die waren und geben sie ausschliessend zur verpackung für die lehrer als logistiker sollst du ein handwerkliches chic mitbringen gern im team arbeiten und auch hektische situationen zurechtkommen mir gefällt dass sie viel überwägt bin und zudem auch am computer schaffen kann in der packerei stellen wir das päckchen für kunden zusammen und geben es wieder aufs postwegel ich habe jetzt alle päckchen in postwagen versorgt und lasse jetzt in der lastwagen damit der kund das päckchen rechtzeitig bekommt das ist unsere letzte lastwagen auch wir machen jetzt feierabend wenn du lust oder interesse hast melde dich doch bei der ms direct ag